Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer auf meinem Kanal. Diesmal geht es ein bisschen weiter weg und ich wandere sogar in drei verschiedenen Ländern. Viel Spaß und bleibt dran! So, ich habe gerade alles zusammengepackt, die Schuhe auch schon imprägniert und dieses Mal werden wir versuchen ohne Zelt zu wandern. Das Zelt benötigt schon sehr viel Platz und wenn wir uns das da sparen, können wir natürlich viel mehr mitnehmen. Jetzt werde ich mir noch eine kleine Jause packen, damit ich bis Mittag durchkomme und dann geht's schon los. Bis zum nächsten Mal. Wo geht's wohl hin? Wie ihr es im Titel sicher schon gelesen habt, geht's heute in den Böhmerwald. Also, dieses Wochenende geht's in den Böhmerwald. Wir sind jetzt vier Stunden mit dem Zug gefahren, in Passau umgestiegen und dann in die Ilztalbahn bis nach Vrenberg gefahren. Die Ilztalbahn wurde erst heute wieder aus dem Wind herausgeholt. Wir sind das erste Mal gefahren. Wir gehen jetzt Richtung Osten, bis wir die tschechische Grenze überqueren. Acht Kilometer sind wir schon gegangen, jetzt sind wir in Greinet und werden gleich die Grenze überqueren. Das ist schon der dritte Brunnen, den wir hier in dieser kleinen Ortschaft entdeckt haben. Und neben der großen Kirche, die ihr gerade gesehen habt, haben sie auch noch eine kleine. Zwölf Uhr ist's. Die Kirche hat gerade zwölf Uhr geleitet und es ist Zeit fürs Mittagessen. So, nach dieser kurzen Pause geht's weiter. Jetzt geht's Gott sei Dank in den Wald, sonst wird's uns in der Sonne zu heiß. Wir sind gerade mitten im Bayerischen Wald auf einer Lichtung, wo zwei kleine Pächte zusammenfließen. Da müssen wir wirklich mal eine Pause machen. Jetzt sind wir so lange an diesem wunderschönen Ort geblieben, dass wir gleich noch eine Pause machen können. Jetzt haben wir gerade alles zusammengepackt und jetzt geht's los, wieder weg von diesem schönen Ort. Alles Gute. Und dann geht's. Und dann geht's. Wir haben gerade wieder mal eine Ortschaft gefunden, sind gerade in Heidmühle und werden hier auch über die tschechische Grenze gehen. Hier ist der Grenzbach von der tschechischen Grenze, wir überqueren die Grenze und werden uns dann in Tschechien einen Schlafplatz suchen. Diese schicke Dampflok haben wir hier an der Grenze gefunden, jetzt geht es mit dem Zug weiter. Wir machen hier jetzt an der Grenze eine kleine Jasenpause und werden uns dann hier einen Schlafplatz suchen für die Nacht. Auf dieser Bank haben wir jetzt die Schlafstätte aufgebaut, ich hoffe es wird nicht zu kalt, bis morgen. So es ist jetzt kurz nach 5 Uhr, die Sonne hat uns schon aufgeweckt, es ist zwar noch nicht zu sehen, aber der ganze Himmel ist schon hell. Jetzt werden wir aufstehen und mal zusammenpacken. Wir haben jetzt alles zusammengepackt und der neue Tag beginnt jetzt in Tschechien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 steuerischen grenze entlang gehen bis wir auf den sogenannten treumetzi kommen das ist ein berg und da sind wir dann praktisch in drei ländern gleichzeitig österreich tschechien und deutschland und dann geht es weiter zum moldau stasi hier sind überall grenzblockierungen aufgestellt mal schauen ob das an der österreich tschechischen grenze auch so ist jetzt gerade am hochstein 1333 meter und leid ist heute sehr nebelig schade ich hätte gern noch ein bisschen den bühmerwald von oben gesehen nun ja wir werden dann noch zurückgehen da haben wir ein gasthaus gesehen und dann geht weiter an der grenze richtung österreich jetzt sind wir offiziell im nationalpark sumawa der nationalpark sumawa und auch der nationalpark bayerische wald haben insgesamt 100.000 hektar und die waldfläche ist die größte waldfläche in mitteleuropa jetzt gibt es mal eine kleine jause direkt an der grenze in diesem nationalpark oder in teilen des nationalparks wird der borkenkäfer nicht bekämpft und darum sieht die landschaft auch dementsprechend aus aus Ihr seid gerade am Grenzpunkt angekommen. Hier haben wir Österreich, hier drüben haben wir Deutschland und hier noch Tschechien. Jetzt gehen wir an der tschechisch-österreichischen Grenze entlang und suchen dann eine passende Möglichkeit, um zum Moldau-Stausee runterzugehen. An der tschechisch-österreichischen Grenze sind jedenfalls nur kleinere Markierungen. Jetzt waren wir gerade am Blöckenberg oben, 1380 Meter fast. Und höher werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Jetzt geht es direkt runter durch den Nationalpark Zug Stausee. Musik Wir sind jetzt schon raus aus dem Nationalpark und werden jetzt in eine kleine Ortscha namens Nova Pack gehen und dann versuchen dort ein Zimmer zu bekommen. Denn diesen Tag war es nicht sehr warm bis jetzt. Und in der Nacht, letztes Mal war es schon kalt, darum wird diese Nacht wahrscheinlich noch kälter, werden wir versuchen, dass wir halt im Bar mit schlafen können. Mongeln und Auslangen Wir sind jetzt durch die Ortschaft Novapack durchgewandert und obwohl wir bei ca. 10 Pensionen gefragt haben, ist es nichts geworden. Alle haben schon alle Plätze gefüllt gehabt. Wir haben jetzt einen Holzverarbeitungsplatz gefunden und ein Förderband und da werden wir uns jetzt hinlegen. Solange keiner das rostige Förderband einschaltet, ist alles okay. Wir glauben nicht, dass es diese Nacht regnet. Von der Kälte wird es aber ganz schön hart werden, aber das werden wir auch schaffen. Es ist jetzt 20 Uhr und wir werden jetzt ins Bett gehen, damit wir morgen ausgerastet sind. Los geht's wieder an diesem neuen Tag. Grundsätzlich war das Förderband sehr bequem, aber die Kälte und der Tau waren dann doch ein bisschen hart. Wir haben gerade noch ein bisschen Geld gewechselt und uns ein Frühstück gekauft. Jetzt haben wir noch vor, dass wir ein bisschen am Stausee entlang gehen und dann Richtung eigenen Müllkreis runter schauen, sodass wir heute noch zu Hause sein können. Wir haben gerade die Grenze zu Österreich überquert. Jetzt dauert es nur noch eineinhalb Stunden, bis wir im Bus sitzen. Bei der Bushaltestelle angekommen, haben wir uns dann für eine gute Stunde nochmal in die frisch gemähte Wiese gelegt, bis dann endlich der neuen Sitzer gekommen ist und uns nach Lenz gebracht hat. Wir haben schon ein bisschen unterschätzt, wie kalt es sein kann in der Nacht, auch wenn es am Tag hin und wieder sehr heiß ist. Und weil man nicht immer vertrauen kann, dass man noch einen Platz findet in einer Pension, nämlich wahrscheinlich das nächste Mal wieder ein Zelt bietet. Das war's von meinem kurzen Bericht über den Böhmerwald und meine Wanderung dort. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Abenteuer. Bis zum nächsten Abenteuer. Vielen Dank.